Hi! Seit diesem Jahr gebe ich Blitz-Workshops mit dem Godox TT685 und bereits eine Woche nach dem Workshop haben mich die Teilnehmer gefragt, welche Knöpfe sie nochmal genau drücken müssen, um in Fessel zu blitzen, um Highspeed Sync zu aktivieren und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, ich mache ein kurzes Video, wo ich alle Knöpfe rund um den Godox TT685 erkläre, damit quasi ein Nachschlagewerk bei YouTube existiert. Viel Spaß mit diesem Video! Ich würde sagen, dann steigen wir direkt ein und beginnen mit dem Blitzkopf. Der ist nicht nur neigbar, sondern auch drehbar in alle Richtungen und ist sehr schwergängig. Das heißt, das beabsichtigt tatsächlich, damit er auch wirklich in dieser Position verharrt. Ich hatte schon Systemblitze, die dann von allein sich verschoben haben, weil das Gewicht stärker war wie der Widerstand von diesem Drehgelenk. Und achtet darauf, dass der nicht nur neigbar, sondern auch drehbar ist. Warum das wichtig ist, Thema indirektes Blitzen und so weiter, könnt ihr gerne einen Workshop bei mir buchen. Ansonsten wartet noch ein wenig. Ich denke, ich werde da noch ein paar Videos auf YouTube zu hochladen, wie man den Blitz auch einsetzt und nicht nur, welche Knöpfe man drücken muss. Direkt darunter ist das Infrarot-Modul, um die optischen Signale einfach zu übertragen. Und als letztes ist ganz unten noch ein Charging-Port, womit man externe Battery-Packs anschließen könnte. Habe ich tatsächlich noch nie gebraucht. Ich komme mit den Eneloops ganz gut klar. Also im Prinzip hier an der Seite werden die Batterien reingesteckt. Das sind vier AA-Batterien. Und wenn man hier zu den Eneloops greift, also die habe ich jetzt schon mindestens vier, fünf Jahre im Einsatz, dann komme ich mit einer Ladung, also vier AA-Batterien, über den ganzen Hochzeitsabend hinweg. Und muss die Batterien nie wechseln. Darüber hinaus habe ich auch festgestellt, ich hatte schon andere Akkus, dass Eneloops die einzigen waren, gut, ich habe jetzt nicht alle, die es auf dem Markt gibt, getestet, aber tatsächlich die einzigen waren, die bei einer Serienaufnahme direkt die Energie wieder bereitgestellt haben. Also gerade beim Hochzeitstanz kommt es häufiger vor, dass ich so vier, fünf Fotos direkt hintereinander mache. Und da war direkt die Energie wieder da und ich konnte losballern. Also das ist sehr, sehr gut. Die Eneloops, ich packe euch mal einen Link unten in die Beschreibung, könnt ihr dann gern über den Link bestellen. Ansonsten ist auf der anderen Seite nochmal Anschlussmöglichkeiten für verschiedenste Dinge. Das Einzige, was ich hier konkret mal angeschaut habe, war für Firmware-Updates, dass man den tatsächlich per USB an den PC anschließen kann, um Firmware-Updates draufzuladen. Und oben am Blitz gibt es noch verschiedene Dinge, wo direkt mit verbaut sind, um das Licht zu streuen, das Licht zu reduzieren, um, ja, für Gruppenaufnahmen oder fürs indirekte Blitzen sind die auch sehr gut. Aber hier nutze ich auch, also die nutze ich so gut wie nie, weil ich nutze andere Dinge, Dinge Lichtformer, die ich hier nochmal drauf packe, wenn ich quasi mit dem Blitz auf Hochzeiten oder für Aufträge fotografiere. Und ansonsten wäre vielleicht nur noch genannt der Verschluss. Also gibt es auch verschiedene Techniken. Ich hatte schon Blitze, wo man einfach einen Hebel umlegt. Hier ist tatsächlich so ein ganz normaler Drehverschluss. Wenn man einen Blitz aufgesteckt hat, dann dreht man das Rädchen einfach zu und damit ist der Blitz fixiert. Aber jetzt kommen wir eigentlich zu den wichtigsten Dingen, nämlich die Rückseite, die ganzen Knöpfe. Welche Knöpfe gibt es, für was braucht man die und vor allem, ja, was muss ich drücken, wenn ich jetzt zum Beispiel entfesselt oder mit Highspeed-Sync blitzen will. Vielleicht fangen wir direkt hier auf der Seite an. Das ist zum einen der On-Off-Button, erklärt sich von selbst. Wenn ich den anschalte, schaltet sich der Blitz an und dann kann ich quasi arbeiten. Ansonsten haben wir hier relativ zentral ein Rad. Und wie ihr hier schon seht, verändert sich jetzt hier eine Zahl, wenn ich an dem Rad drehe. Das ist quasi die Leistung. Also von voller Leistung, ein Eintel, bis zur niedrigsten Leistung, 128 von der vollen Leistung, kann ich hier quasi verstellen. Und dieses Wählrad braucht man immer, um in allen Menüs quasi durchzuscrollen. Darüber hinaus ist in der Mitte eine Set-Taste. Das heißt, wenn ich jetzt hier was auswähle, kann ich mit Set das Ganze bestätigen und dann ist diese Einstellung gespeichert. Direkt nebendran, rot leuchtend, ist quasi auch so ein Blitzsymbol abgebildet. Das zeigt mir, dass der Blitz sofort einsatzfähig ist. Wenn ich jetzt, also ich habe häufig so ein 32 an Leistung, wenn ich Hochzeitstänze fotografiere oder so. Und wenn ich jetzt den Blitz auslöse, dann seht ihr, der wird gar nicht, also das Rot geht gar nicht aus. Um das genau zu zeigen, muss ich volle Leistung wählen. Und ich glaube vielleicht, genau jetzt ist er aus, jetzt lädt er nach, jetzt könnt ihr wieder auslösen. Wenn ich auslösen würde, während es nicht rot ist, löst der Blitz nicht aus. Also ist quasi so eine Erkennungs-LED, wann der Blitz einsatzbereit ist. Ansonsten geht es weiter mit dem Mode, also die Mode-Taste hier und gleichzeitig auch die Tastensperre. Das heißt, wenn ich die Taste lang gedrückt lasse, dann erscheint hier ein Locked. Und egal was ich drücke, egal was ich drehe, es passiert nichts. Nutze ich tatsächlich auch nie, weil ich komme nie zufällig an den Blitz dran, dass ich da irgendwas verstelle. Und dann gibt es hier vier Knöpfe, die immer je nach Menü, je nach Einstellung sich unterscheiden können. Im Prinzip wird es immer direkt über dem Knopf dargestellt, was ich mit diesem Knopf einstellen kann. Und im Prinzip sind wir dann fast schon ganz durch mit allen Knöpfen. Es gibt noch einen letzten Knopf, der so ein Blitz mit zwei Pfeilen dargestellt ist. Und das ist quasi die Verknüpfung mit anderen Blitzen. Also wenn ich da drauf drücke, dann ändert sich das Menü komplett. Da sieht man so ein Blitz on Control. Wenn ich nochmal drücke, steht nochmal ein Blitz. Es wird rot. Wenn ich nochmal drücke, kommt so ein WLAN-Symbol und es wird wieder grün. Und wenn ich nochmal drücke, WLAN-Symbol und rot. Und ein letztes Mal drücken, komme ich wieder in die Ausgangseinstellung. Also wo ich den Blitz ganz normal auf der Kamera benutze. Nochmal, einmal drauf drücken, ist quasi Infrarot-Übertragung. Grün bedeutet, dieser Blitz ist der Master. Also dieser Blitz gibt quasi die Befehle an andere Blitze. Wenn ich über Infrarot diesen nur als Slave benutzen will, dass ich den quasi auf die gegenüberliegende Seite vom Hochzeitstanz stelle, um ein Gegenlicht zu produzieren, dann muss ich mit diesem Blitz quasi das Rote wählen, damit es der Slave ist. Und muss bei dem Blitz, den ich zum Beispiel auf der Kamera dann habe, das gleiche Symbol auswählen mit grün, dass es der Master ist. Nochmal eins weiter, kommt das WLAN-Symbol. WLAN bedeutet einfach nur Funk. Das heißt, hier wird die Funk-Übertragung genutzt, um den Master und den Slave zu verbinden. Und das gleiche gibt es dann auch wieder als Slaves. Das wird hier auch mit reingeschrieben. Rot ist immer Slave. So, um jetzt quasi das Entfesselt-Blitz mal kurz anzudeuten, habe ich einen zweiten Blitz vorbereitet. Das ist hier jetzt ein Nikon-Blitz, weil da jetzt auch ein N hinten dran steht. Das S steht übrigens für Sony. Gibt es dann auch noch mit C für Canon. Aber im Prinzip haben wir jetzt hier gesagt, wir wollen den als Master haben. Also den haben wir auf der Kamera drauf. Und der ist quasi auf der gegenüberliegenden Seite zum Beispiel. Das heißt, wir drücken hier die gleiche Taste. Und zwar müssen wir erst zu dem Funk-Symbol und nicht grün, sondern rot, weil das quasi der Slave sein wird. Ganz wichtig, was vom Anfang an eigentlich auf 1 eingestellt ist, ihr müsst über CH den Channel gleich wählen. Hier habe ich Channel 28. Das heißt, wenn ich jetzt daran drehe, dann kann ich hier jetzt einen anderen Channel einstellen. Und dann funken sie auf unterschiedlichen Kanälen und kriegen keine Anbindung. Das heißt, ich habe hier jetzt einen Channel 28 gewählt, bestätige mit Z und dann funken die auf der gleichen Stelle. Im Prinzip muss ich jetzt an diesem Slave-Blitz gar nichts mehr einstellen, weil ich alles über den Master einstellen kann. Das heißt, wenn ich hier jetzt reingehe und sage, also da ist jetzt schon was eingestellt, deswegen setze ich das jetzt mal zurück, dass ich hier den quasi ausmache. So, und das heißt, M steht für den Blitz, den Master, wo ich hier liegen habe. Der ist eingestellt manuell, also dass er die Energie abfeuert, wo ich will und nicht über TTL, was bedeuten würde, dass quasi die Kamera entscheidet, wie viel Leistung aufgebracht werden muss, um ein korrekt belichtetes Bild zu erhalten. Das heißt, ich sage jetzt hier, ich will die Gruppe anpassen. Ich klicke auf GR und sage hier mit dem Wählrad, welches, welche Gruppe ich quasi einstellen will, A, B oder C. Da wir jetzt nur einen Blitz haben, sage ich, ich gehe auf A, drücke auf Set und kann jetzt, wenn ich nochmal die Gruppe auswähle über Mode, quasi sagen, was da passieren soll. Da wähle ich auch wieder manuelle Leistung und hätte jetzt die Möglichkeit, mit diesem Blitz plus minus hier rüber zu springen, um mit dem Wählrad eine andere Leistung einzustellen, weil der Blitz ist weiter weg. Der muss ein bisschen kräftiger blitzen zum Beispiel. Auch wieder mit Z bestätigt. Und wenn wir jetzt hier reingucken und sehen, dass auf einmal hier ein Viertel drin steht. Wenn ich jetzt hier wieder reingehe, auf Gruppe, Blitzleistung und diese Blitzleistung verändere, dann dauert sie mal kurz, ganz aus oder ein Vierundsechzigstel oder eben ein Viertel. Und das wird quasi alles mit übernommen. Und das ist quasi der Vorteil vom entfesselt Blitzen. Bestätige ich, wenn ich jetzt quasi den Blitz auslöse, dann sehe ich, dass dieser mit geringer Leistung und dieser mit viel Leistung ausgelöst hat, genauso wie ich es eingestellt habe. Ansonsten gibt es eigentlich hier nur noch zu sagen, wenn ich jetzt wieder auf manuell zurückgehe, das kann ich natürlich auch auf allen anderen Modi, also beim entfesselt Blitzen machen, gibt es noch die Taste Sync für Highspeed Sync. Wenn diese Taste aktiviert ist, dann passiert nichts. Also es gibt ja so eine Blitz-Synchron-Zeit, um einen kurzen Abriss zu machen. Die liegt bei jedem Blitz bei einer anderen Zahl, aber meistens so um ein Hundertsechzigstel und kürzer belichten kann ich nicht, um das Blitzlicht quasi auf dem Foto zu haben. Highspeed Sync bedeutet, dass ich quasi bis ein Achttausendstel oder ein Viertausendstel belichten kann. Was passiert da? Der blitzt ganz, ganz, ganz oft, damit das Bild korrekt belichtet ist. Und das bedeutet natürlich auch, weil jetzt kommt wahrscheinlich die Frage, ja, warum lasse ich das nicht einfach immer an? Dieser Modus verbraucht viel mehr Batterieleistung. Das heißt tatsächlich, dass hier die Akkus wahrscheinlich eher schneller gewechselt werden müssen mit diesem Sync. Ansonsten habe ich noch die Mode-Taste. Hier kann ich zwischen verschiedenen Modi springen. Ich bleibe immer gern bei dem manuellen, weil ich sehr viel manuell fotografiere. Das heißt, ich will entscheiden, wie viel Leistung der Blitz abgibt. Und dann gibt es noch ein paar andere Tasten, wo man drücken kann. Auch um die Leistung zu verstellen, gibt es eine eigene Taste, wo ich drücken kann. Aber das funktioniert auch direkt einfach, nur das Rad zu drehen. Dann geht er direkt in diese Leistung rein, weil das das Häufigste ist, was man umstellen muss. Genau, das so kurz zum Abriss. Also die wichtigsten Tasten sind im Prinzip über den Mode zu gehen, um manuell einzustellen und über diese Blitztaste, um entfesselt zu blitzen, also andere Blitze anzubinden. Und zu guter Letzt vielleicht noch der Sync-Button, um High-Speed-Sync zu blitzen. Das war es eigentlich auch schon zu allen Knöpfen, die es so gibt an dem Blitz. Relativ viel, wenn man sich damit noch nicht so viel beschäftigt hat. Aber genau dafür gibt es auch unseren Aufbaukurs Blitzen. Wenn du Interesse daran hast, dann melde dich einfach bei uns. Wir bieten diese Inhalte auch per Online-Coaching an und können dir dann quasi mit deinem Blitz, falls du jetzt einen anderen hast zum Beispiel, genau sagen, welche Knöpfe du wie drücken musst. Funktioniert heutzutage per Video-Chat alles wunderbar. Und dann hat man da keine Probleme. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lass einen Daumen hoch und abonniere gerne den Kanal. Dann verpasste keine weiteren Videos mehr. Und lass mich gern in den Kommentaren wissen, ob du noch mehr zum Thema Blitzen erfahren würdest auf dem Kanal. Dann mache ich in Zukunft noch ein paar mehr Videos zum Thema Blitzen. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis bald. Vielleicht noch als kurze Ergänzung. Was ist eigentlich alles dabei, wenn man so ein Godox T6685 bestellt? Und das ist zum einen der Blitz ohne Akkus. Wie gesagt, da die Eneloops. Meine Empfehlung, packe ich zu den einzelnen Blitzen mit in die Beschreibung. Könnt ihr gern da drüber beziehen. Ansonsten ist auch noch eine Tasche dabei, damit nichts dran kommt an den Blitz. In der Tasche ist noch so ein kleiner Halter mit dabei. Das heißt, ich kann quasi ohne jetzt ein extra Stativ irgendwie holen zu müssen, kann ich den Blitz so auch irgendwo hinstellen, um quasi entfesselt zu blitzen, wenn ich jetzt einen zweiten Blitz habe zum Beispiel. Und das funktioniert quasi sehr gut mit diesem Ding. Und vor allem, das hat auch zusätzlich eine Stativschraube. Man könnte das dann auf jedes handelsübliche Stativ aufschrauben, ist dann nicht ganz so flexibel, weil das immer so gerade gestellt ist. Das heißt, das, was man eigentlich kennt, dass man von oben so ein bisschen runterblitzen will, um Sonnenlicht zu imitieren, ist damit nicht möglich. Aber dazu gibt es dann andere Griffe, wo man da dazwischen bauen kann. Kann ich euch auch gerne in einem der nächsten Videos mal zeigen. Dann ist quasi neben dieser Tasche mit dem Teil auch noch deutlich mehr mit drin. Ich packe es jetzt gerade mal hier aus. Das ist die Tasche von einem anderen Blitz. Aber wenn ich jetzt hier alles raushole, da kommt relativ viel mit raus. Das war's. Karton ist leer. Also in dem kompakten Karton ist tatsächlich sehr viel drin. Zum einen eine ausführliche Bedienungseinleitung, wo alles noch mal sehr gut beschrieben drinsteht, in allen verständlichen Sprachen. Das ist, glaube ich, so eine Garantiekarte, genau. Das ist so ein Q-Pass, dass die Qualität das noch mal überprüft hat. Alles nicht so wichtig. Wichtiger sind quasi diese Dinge hier. Zum einen ist ein Lichtformer dabei, den man direkt auf den Blitz aufstecken kann. Das ist dieser hier. Und zwar kann man den ganz einfach hochklappen, das ist einfacher. Kann ich den hier draufstecken und habe dadurch einen Lichtformer, der das Licht gleichmäßig verteilt. Wenn ich eine Person, die vor mir steht, quasi so fotografiere, mit einem Blitz nach oben, kommt trotzdem viel Licht nach vorne, damit die Person angenehm ausgeleuchtet ist, kein hartes Licht im Gesicht ist. Und ja, für das, dass er kostenlos dabei ist, echt super. Es gibt noch ein paar andere Lichtformer, die ich einen Ticken besser finde, aber für kostenlos auf jeden Fall perfekt. Dann ist noch so ein Mikrofasertuch dabei, das packe ich jetzt nicht aus, aber dann haben sie noch was Tolles mit dabei, um kreativ zu werden. Und zwar, das sind die zwei Gegenstücke, hat man hier die Möglichkeit, verschiedene Farbkarten vor den Blitz zu spannen. Also, hier werden die Karten quasi reingeschoben und das kommt dann hier vor den Blitz, also so rum. Und dann kann man hier den, den Klettstreifen ankleben, hier einmal außen rum. Und wenn ich dann, mache ich jetzt auch nicht, aber wenn ich dann das hier draufklebe, ein bisschen schwer, das alles festzuhalten, und hier anklemme, mit dem Klett, dann ist quasi der Blitz abgedeckt mit dieser Halterung, die durchsichtig ist. Und in dieser Halterung kann ich dann verschiedene Farbkarten reinmachen, wo es hier echt viele verschiedene Farben gibt. Und dadurch wird das Licht natürlich dann entsprechend der Farbe sich verändern. Also, dass es nicht weiß ist, sondern blau, lila, rot, egal was man so braucht. Und damit kann man tolle Lichtakzente im Hintergrund setzen, die eine andere Farbe haben. Auch das im Paket inklusive. Und in dem ganzen Paket, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was er kostet, aber ist er trotzdem noch recht günstig im Vergleich zu einem Original, also einem Blitz, der von einem Originalhersteller kommt. Und da ist auch immer die Frage, ja Patrick, soll ich dann nicht lieber, wenn ich eine Sony Kamera habe, auch einen Sony Blitz kaufen? Da bin ich tatsächlich der Meinung, dass die ganzen Kamerahersteller Kamerahersteller sind und keine Blitzhersteller. natürlich bauen die Blitze und bieten sie mit an, weil sie natürlich das Angebot kompletieren wollen. Aber ich bin der Meinung, dass Godox einer der besten Blitzhersteller ist auf dem Markt und ich werde keine andere Blitze mehr kaufen. Das war's auch schon. So ein kleines Unboxing an der Stelle noch und ja, dann kann's weitergehen mit den nächsten Themen. Das war's auch schon. So ein kleines es